So, die ersten sind da. Wir schauen mal weiter, was wir hier noch haben. Nächste CD. Ja, hier sieht es sonst... sonst sieht es nämlich halt so aus, wenn man nichts hat. Ich hab ja... ich hab ja eigentlich nichts. Wir hatten ja nichts. So. Ja, wie ihr schon seht, mein Musikgeschmack ist sehr, sehr vielseitig. Ich mag einfach Musik. Snoop Lion, Snoop Dogg, hat ein Reggae-Album gemacht vor ein paar Jahren. Und das war echt geil. Okay, also wirklich, hab ich immer noch auf dem MB3-Player, läuft rauf und runter. Ja, ist eigentlich alles. Also wer Reggae gerne hört, der sollte auf jeden Fall mal hier vorbeischauen, bei dem Snoop Lion. Der Kauf hat sich gelohnt, war auch glaube ich nur ein Fünfer irgendwann mal. Gibt es ja immer bei Saturn so schöne Angebote, alles für ein Fünfer, alles ist scheiße. Aber manchmal gibt es auch noch ein paar gute Sachen. Snoop Lion zum Beispiel.